Hey Leute, was geht? Ich bin Sandy und willkommen zu meinem neuen Video auf meinem Hauptkanal Sandy. Ich habe zwei Sachen euch zum Ankündigen in meinem heutigen Video. Einmal habe ich ein neues Teil in meinem Zimmer. Ich habe einen neuen Sessel, den werde ich euch gleich zeigen. Und es gibt noch eine Ankündigung, weil ich habe es schon mal anders erwähnt, aber ich habe es noch mal erwähnt. Ich fange zuerst mit der Ankündigung an. Und zwar habe ich einen Gaming-Kanal erstellt. Da ich mich nämlich dazu bereit gefunden habe, nicht mehr auf meinem Hauptkanal Sandy, wo ihr euch gerade befindet, Gaming-Videos hochzuladen. Also wenn ihr Gaming-Videos sehen wollt, geht zu meinem zweiten Kanal. Dort findet ihr Gaming-Videos. Gestern kam das erste Video unten. Ist nichts Besonderes, es waren nur ein paar Runden Uno, aber ich fand es mega, mega nice. Und wenn ihr es abchecken wollt, checkt es gerne ab. Wenn nicht, ist es auch total okay. Ich zwinge euch nicht. Ihr könnt gerne abchecken. Und ihr könnt gerne unter diesem Video oder unter meinem letzten Video auf meinem zweiten Kanal schreiben, welche Games ihr sehen wollt. Oder welche Spiele ihr für meinen Nintendo Switch habt, die ich anzocken soll. Und so weiter. Auf jeden Fall möchte ich gar nicht mehr so lange da waren. Das wird nur ein ganz kurzes Video. Jetzt zeige ich euch meinen Gaming-Sessel. Ja, das ist mein Gaming-Sessel. Den kennen die meisten von euch. Das ist jetzt nicht so dieser eine Sessel, der so bekannt ist und den jeder hat und jeder feiert. Aber das ist quasi eine günstigere Version davon. Wir haben den heute gekauft. Eigentlich heute, wir haben den schon länger gekauft und haben den einfach heute abgeholt, weil wir heute Zeit hatten, den abzuholen. Und das ist jetzt mein neuer Gaming-Sessel. Es wird sich noch ein paar Dinge werden sich noch verändern in meinem Zimmer. Ich kann euch ganz kurz erklären, was sich alles verändern wird. Also, hier habe ich ja meinen Nintendo Switch und meinen Fernseher. Und mein Fernseher wird noch an die Wand kommen. Dazu brauchen wir aber noch ein bisschen Zeit. Und meine Switch wird unten auf ein Regal kommen. Und es wird eine zweite Konsole dazu kommen, mit der ich dann in anderen Times mal zocken werde, wenn ihr das sehen wollt. Und einfach mal richtig nice zocken werde auf meinem zweiten Kanal. Also, wenn ihr das sehen wollt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und schreibt in die Kommentare, welche Konsole, ob ihr Konsole oder PC zockt. Und wenn ihr Konsole zockt, welche Konsole, welche Spiele und welche ihr empfehlen würdet für Nintendo Switch. Weil ich weiß, das ist das einzige Grad, was ich hier habe. Auf jeden Fall, das wollte ich euch nur ganz kurz sagen. Ich finde ihn selbst mega, mega nice. Und die meisten von euch kennen den vielleicht. Wahrscheinlich kennt ihr den anderen. Der war es hier noch. Der war es hier quasi dann noch so eine Lehne, wo man sich dagegen lehnen kann. Dieses Teil, das habe ich mir auch am Anfang überlegt, aber wollte ich dann nicht. Also habe ich mir den ausgesucht. Und ich finde den, es staubt etwas, finde ich mega, mega nice. Und es passt perfekt in mein Zimmer rein. Also habe ich den genommen. Außerdem wird über mein ganzes Thema noch Lichterketten kommen. Aber das zeige ich euch alles, wenn ich fertig damit bin. Auf jeden Fall, Freunde, vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Vergesst nicht, meinen zweiten Kanal zu abonnieren. Der Link ist unten in den Infobox. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, Freunde. Ciao.